Servus! Ja, ich habe mir zum ersten Advent was Lustiges für dich überlegt. Und zwar habe ich mir gedacht, es gibt ja ganz viele Anglizismen. Und die verstehst du ja gar nicht mehr. Also in dem Schworbe-Ländle, wir verstehen das ja überhaupt nicht mehr bald. Deswegen gibt es jetzt den Kondor. Baden-Württemberg macht ja super vor. Der neue Slogan. The Land. Und deswegen sage ich, Schwabizismen kommen nun. Und dafür habe ich mir ein Adventsgedicht überlegt. Und ich hoffe, du kannst das Rätsel, das da dahinter steckt, erraten. Und los geht's! Ring-a-ling-bim! Do you hear it loud? I think it's coming from the Black Forest out. There comes the Wägele. Look! And da sit's a man. In his hand is a book. Wait! He schlittert to our direction. Servus, man! I need your connection. The whole night I get Plätzle and milk. But I'm not a Christmas-baking-Kmilch. I need was däftiges, I'm thinking. I drinkly need a Schwarzwälder-Schenken. So, drink first a Schwäbisches beer. Alice, the better. And you can think clear. Nice! He blättert and krippselt in his book. And on eunner Stelle, he makes a hook. Very brav, you Kerle. Here is your Geschenk. He gives me a beerflasche Verschluss. And he went. Who was this man with the great sack? Schreibt in the comment. And I wish you good luck.